Hallo meine Lieben, am 5. September hatte ich für das Sternzeichen Jungfrau die Liebesgefühle für dieses Sonnenjahr beleuchtet. Heute ist nun das Sternzeichen Waage an der Reihe. Was erlebt die Waage noch alles Schöne in der Liebe? Nun, das Sternzeichen Waage erfreut sich bereits seit Februar im Gefühlstanz mit der Venus und dem Mars. Manchmal verträumt in liebevoller Leidenschaft. Seit langem erlebt die Waage wieder das zarte Gefühl der Verliebtheit. Lass nicht zu, dass es zu einem Abenteuer wird, sondern beachte ein gewisses Maß an Vernunft. Betätige keine voreiligen Entscheidungen. Mitte des Jahres umarm dich in traumhafter Basis die Venus, die dich überrascht und emotional in der Liebe beschwingt. Ab September werden deine Gefühle wieder tiefer und beflügeln dich. Diese Stimmung wirkt sich belebend aus. Und in allem, was du tust, spürst du ihre liebevolle Schwingungen. Du erlebst die Liebe wie eine Befreiung von bisherigen Umklammerungen. Sicher ist, dass du dich dadurch grundsätzlich auffällig für deine Umwelt veränderst. Du empfindest eine neue, tiefe Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern und der Wunsch für eine intakte Beziehung. Na, das sind ja wirklich tolle, aufregende Aussichten für euch. Alles Gute hierzu. Eure DERIA 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 DERIA